Wir müssen dringend besser recherchieren, ein paar Anrufe tätigen, denn die Menschen verbreiten Fake News. Wir sollten das unbedingt gerade biegen. Also immer schön cool bleiben und zurücklehnen. Wir klären auf über die Evolution von Mensch und Schimpanse. Du wirst sehen, der Mensch stammt nicht vom Affen bzw. Schimpansen ab. Na, kommt dir dieses Bild bekannt vor? Welche Vorstellung liegt dieser Darstellung zugrunde? Der Mensch, der hier, stammt vom Affen ab, ist also eine Weiterentwicklung der heute lebenden Affen, zum Beispiel der Schimpansen in diesem Bild, der hier. Fake News! Wie? Okay, entweder du sagst jetzt, hab ihr schon gewusst, dass es einen allmächtigen Schöpfer gibt, der uns alle geschaffen hat, oder du bist empört und denkst, das Leben sei eine einzige Lüge. Das hat hier und jetzt ein Ende. Wir versuchen der Sache mal möglichst wissenschaftlich auf den Grund zu gehen. 1871 äußerte Darwin das erste Mal, dass Menschen von affenähnlichen Lebewesen abstammen. Affen ähnlich, hörst du? Zahlreiche Skelettfunde unserer Vorfahren haben gezeigt, dass Menschen Verwandte, aber eben keine Nachkommen der heute lebenden Affen wie Schimpansen, Gorillas oder Orang-Utans sind. Wir haben gemeinsame Vorfahren, die vor einigen Millionen Jahren in Afrika gelebt haben. Da liegt der entscheidende Unterschied. Vergleichen wir heute einmal Mensch und Schimpanse und schauen uns anschließend deren Entwicklungslinie an. 2005 gelang es einem ForscherInnen-Team, die DNA eines Schimpansen zu entschlüsseln und sie mit der eines Menschen zu vergleichen. Demnach ist die DNA von Mensch und Schimpanse zu fast 99% übereinstimmend. Genauer gesagt beträgt die Abweichung nur 1,23%. Trotz dieser großen Übereinstimmung hat sich das Erbgut von unseren gemeinsamen Vorfahren ausgehend im Verlauf der Evolution verändert. Es zeigen sich zahlreiche Unterschiede. Betrachten wir zunächst deren Körperbau und Fortbewegung. Du möchtest das Video in voller Länge sehen? Dann klicke auf den Link in der Videobeschreibung. Hier kannst du selbstständig deine Noten verbessern. Dich erwarten? Über 10.000 Lernvideos, interaktive Übungen und Arbeitsblätter zum Ausdrucken und der Hausaufgaben-Chat mit echten Lehrerinnen und Lehrern. Jetzt kostenlos testen!